Obwohl sie wie ihre Freunde wütend wird, haben wir selten gesehen, dass Marinette die Protagonistin der Serie akkumatisiert ist. Kennst du die Szenen, in denen Marinette akkumatisiert war? Marinette wurde zum ersten Mal in der Episode Marinette unter Verdacht in Staffel 3 akkumatisiert. Wegen Lila von der Schule verwiesen, konnte Marinette den mehrfachen Akumas nicht widerstehen. Hätte Gabriel nicht Nathalie gerettet, die während des Akumas in Ohnmacht fiel, wäre Marinette kurz davor gewesen, ihre Ohrringe abzugeben. Marinette wurde in der Episode Hochstimmung zum zweiten Mal akkumatisiert. Nachdem sie und Kettnur sich geküsst hatten, war Marinette sehr wütend, als Kettnur es für falsch hielt, Marinette zu beeindrucken, indem sie sich als Superheldin verkleidete. Monark nutzte dies aus und versetzte Marinette plötzlich in einen Schockzustand. Kettnur küsste Marinette jedoch erneut, um sie vor dem Akuma zu retten und der Akuma kam aus Marinette heraus. Das letzte Mal, dass Marinette akkumatisiert wurde, war in der Episode Derision. Angesichts der Spuren des Traumas, das Kim und Chloe ihrem Jahr zuvor zugefügt hatten, schloss sich Marinette vor Panik und Traurigkeit in ihrem Zimmer ein. Nachdem sie jedoch erkannt hatte, dass das Trauma die Quelle ihrer Gefühle war, gelang es Marinette in Akuma zu brechen.